Wir sind in Australien. Australien hat eine große Tradition des Fleischessens. Von Hammel über Lamm bis zum Känguru wird hier alles verzehrt, was vier Beine hat. Aber neuerdings seit der Öffnung der Einwanderung in den 60er Jahren wird die australische Küche bunter. Fusion Food heißt das Motto. Eine Mischung aus der britischen Tradition und der pazifischen Inselküche. Es gibt wunderbare Sachen, nicht nur den klassischen Känguru Burger, sondern Stews, bunte Salate, Curries und Stir-Fries aus Asien. Wir sind hier in den Blue Mountains und haben einen Mittagsstopp gemacht. Und ich muss euch einfach dieses wunderbar bunte Buffet zeigen, dass jedem vegetarischen Restaurant in Europa den Rang ablaufen würde. Ich habe es probiert. Es schmeckt alles wunderbar. Es gibt ein Kichererbsen-Curry, ein Stir-Fry-Reissalat und so weiter. Ich muss schon gucken. Es gibt so viele tolle Sachen. Ich bin begeistert. Das ist nämlich hier in den Blue Mountains der Scenic Railway Tour Point. Also von hier geht der Scenic Railway los. Wenn ihr hier seid, esst hier. Es ist himmlisch. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Impressionen. Wir arbeiten hier und viele Kunden und die Kunden immer fragen. Ist es in Australien? Ist es typisch für Australien? Nein, es ist nicht typisch für Australien. Aber wir haben so viele Fragen, wir haben uns sehr viele Optionen. Wir machen uns alle glücklich und machen uns alle glücklich. Vielen Dank.